Hi, ihr kennt mich aus dem Video davor. Ich habe mich jetzt mal kurz dazwischen geschalten, weil ich mich für die folgenden Aufnahmen etwas entschuldigen muss. Die Tonaufnahmen sind nicht ganz gut geworden. Die Bilder, ja, kann man, ne? Ansichtssache. Aber die Tonaufnahme ist tatsächlich ziemlich beschissen, weil die GoPro-Aufnahmen sind in dieser Hülle entstanden, natürlich mit der GoPro da drin, die ist jetzt gerade noch draußen. Und diese Hülle ist sehr, sehr tonabsorbierend. Von dem her klingt der Ton sehr gedämpft, wenn dann auch sehr schlecht verständlich. Das Einzige, was man klar und deutlich hört, ist das Rascheln, wenn ich die GoPro anpacke. Ich versuche die Audiospur so gut wie möglich zu bearbeiten, dass es sich passabel anhört. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß bei dem ersten Making-of-Video von meinem MovieVam. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis demnächst! Ja, ja. Möden Bus, Möden Wärme. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Und heute wird rumgeschraubt. Bevor das passiert, müssen wir das Ganze einfach umräumen. Der nette Herr hilft mir, das ist mein Vater. Tetris spüren mit dem Auto, dem Auto, dem Auto und draußen steht auch noch ein Auto. Das wird auf jeden Fall jetzt spannende Tetris-Musik. Das ist mein Vater. 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 Das wirdotes親から indifferent. Das ist mein Vater. Und das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Und das ist mein Vater. Und da ist mein Vater. Also nicht soo, dass wir verbunden haben. Wir siellä mit dem Auto mit uns befinden. Musik 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 Ich hab keinen Schwagen gemacht, der hat einen Ablesen. Ich hab keinen Schwagen gemacht, der hat einen Ablesen. Das ist ziemlich bequem. Das ist ultra bequem. Wenn wir jetzt noch reißen, dann können wir das Ding auch fahren. Ich hab keinen Schwagen gemacht. Wenn wir es einfach machen, dann können wir das Ding auch machen. Ich hab keinen Schwagen gemacht. Wir sind richtig immer Fehmerts. Ich hab keinen Schwagen gemacht. Aber ich hab keinen Schwagen gemacht. Ich hab keinen Schwagen gemacht. Untertitelung. BR 2018 So, der erste Tag ist geschafft, der alte Herr sitzt im Rollstuhl. Wir haben Autos umgestellt, den nach da, den nach da und den nach hier. Und sogar den Motor noch aufgebockt auf den Tisch. Ich läd mich dann mal ein Schuh ab. Der geht da hinten. Der geht da hinten. Wir sehen uns das nächste Mal bei weiteren Busschrauben. Bis demnächst. Tschüss mit ihm und mir. Der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Da gibt es auch tolle Videos. Da gibt es große Autos. Da gibt es ganz große Autos. So, perfekt.